ELF, das European Liberal Forum, ist eine Dachorganisation für liberale Stiftungen, Thinktanks und unabhängige Institute. Wir haben 35 Mitglieder in ganz Europa und wir vernetzen diese Organisationen und fördern Veranstaltungen, die sich mit typisch liberalen Themen verbinden lassen und mit dem Thema Europa. Und gerade in der jetzigen Zeit mit dem scheinbar stärker werdenden Rechtspopulismus und anderen Tendenzen sind wir gehalten, mit besonderen Nachdruck, Themen zu fördern, die politische Bildung und auch Partizipation, Teilhabe und demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten fördern. Ich glaube nicht, dass der Rechtspopulismus durch Staaten und staatliche Institutionen bekämpft werden kann, sondern da sind wir alle. Da ist die Zivilgesellschaft gefordert und natürlich in vorderster Reihe auch liberale, denn es geht um Mitwirkung, um Mitbestimmung und das durch selbstbewusste und vor allen Dingen selbst denkende Bürger, die nicht auf jeden einfachen Spruch hereinfallen. Das ist mühsam, aber ich bin davon überzeugt, dass es auf längere Sicht doch wirkt.